Hallo! Hallo! Die Corona-Pandemie hat uns alle eingeholt. Nichts ist mehr wie es war, die Freiheit ist eingeschränkt, die Gesundheit ist unsicher. Und ob es morgen noch Arbeit gibt und Geld da ist, wer weiß das? Vielleicht kommen sie nicht mehr zur Ruhe. Plötzlich als Paar und Familie auf engem Raum zu Hause, den ganzen Tag da. Schnell gibt es Streit. Kein Ort, keine Zeit mehr für sich. Vielleicht leben sie auch allein. Die Decke fällt ihnen sprichwörtlich auf den Kopf, so ganz ohne die normalen sozialen Kontakte, Begegnungen, Unternehmungen, Einsamkeit, Gedanken. Vielleicht haben sie Angst, was werden wird, sorgen sich um sich, um ihre Familie, um ihre Freunde, die Gesundheit, die Existenz. Es gibt viele Gründe, gerade jetzt unsere Beratung in Anspruch zu nehmen. Wir hören ihnen zu. Wir schauen gemeinsam mit ihnen auf das, was sie bewegt. Wir suchen mit ihnen gemeinsam nach neuen Wegen. Und wir beschreiten dabei auch neue Wege. Wir beraten sie per Videogespräch, am Telefon, per Online-Beratung im Chat oder per Mail. Sie erreichen uns auf vielen Wegen. Hier finden Sie sowohl zu unserer Online-Beratung als auch zu unseren Beratungsstellen, die für Sie weiterhin telefonisch erreichbar sind. Sprechen. Oder schreiben. Sie uns an. Wir sind gern für Sie da. Auch jetzt. Aber ich hoffe jetzt. Ich wünsche mir Hilfe ich... Abonnieren es sich, Herr.